b1 podcast 1 was ist der mensch hallo und herzlich willkommen zu meinem podcast nummer eins im b1 level mein name ist astrid und mit meinen audios möchte ich allen deutschschülern helfen habt ihr b1 niveau dann seid ihr hier genau richtig ist dieser podcast für euch zu schwer dann sucht auf youtube bitte nach meinen a2 oder a1 podcast mein konzept ist ganz einfach hören hören und dann lesen und hören dein ohr gewöhnt sich dann an die sprache an die wörter und an die stadtstruktur mit jedem hören verstehst du mehr und mehr und auch die orale kommunikation also das sprechen geht dann besser hört bitte jeden podcast zwei bis vier mal das erste mal nur hören beim zweiten mal könnt ihr die schweren wörter in meinem youtube video mitlesen und beim dritten oder vierten hören könnt ihr dann den kompletten text lesen und hören den hörtext also die transkription könnt ihr kostenlos downloaden unten in meiner beschreibung bei youtube ist der link bei fragen könnt ihr gerne einen kommentar schreiben bitte auch am ende nicht den daumen hoch vergessen also den camp ab alles klar dann zu unserem heutigen thema was ist der mensch das ist unsere heutige frage ist er nur ein besseres tier diese frage ist wahrscheinlich eine der grundlegendsten aber die antwort ist nicht so einfach man benötigt ziemlich viele informationen so zum beispiel woher der mensch überhaupt kommt was den menschen zum menschen macht oder was uns vom tier unterscheidet in diesem podcast stelle ich alle informationen da und bilde am ende des audios ein abschließendes urteil eine valuation der gesammelten einzelkomponenten alles klar also auf geht's die erste frage ist woher kommt der mensch im stammbaum der evolution ist der mensch zum aktuellen zeitpunkt die oberste kreatur das heißt im jahrtausendlangen überblick der generationen ist der mensch das höchste individuum aber woher kam diese entwicklung die wahrscheinlich berühmteste forschung zu diesem thema stammt von dem englischen forscher charles darwin dieser stellt die sogenannte evolutionstheorie auf diese ist heute allgemein akzeptiert und stellt die aktuelle vorstellung von der entstehung des menschen dar es ist bis heute das gegenwärtige denkmodell es ist das aktuelle denkmodell darwin sprach von evolution und selektion die evolution bezeichnet den stetigen prozess der weiterentwicklung eines lebewesens die weiterentwicklung der menschlichen kreatur findet bereits seit mehreren millionen jahren statt während der evolution mutierten die lebewesen zufällig es war also nicht geplant diese mutation wird dann möglicherweise an die nächste generation weitergegeben ich benutze hier bewusst das wort möglicherweise denn während der zeit zwischen einer neuen mutation und der weitervererbung dieser mutation findet die selektion statt die selektion lässt sich mit dem ausdruck überleben des angepassten beschreiben dies bedeutet dass das lebewesen welches am besten angepasst ist auch überlebt und diese neuen charakteristiken oder man kann auch sagen mutation weiter vererben kann man kann sich das wie folgt vorstellen zuerst gibt es eine population von schwarzen schmetterlingen von diesen mutieren nun einige und bekommen rote flügel andere schmetterlinge mutieren auch bekommen aber braune flügel natürlich gibt es andere tiere die schmetterlinge fressen fressen ist essen aber für tiere wir können sagen vögel fressen insekten also es gibt tiere die gern schmetterlinge fressen aber die braunen schmetterlinge können sich besser verstecken man findet die roten schmetterlinge sehr schnell weil sich ein rotes ding in der natur nicht gut verstecken kann die folge es werden viel mehr rote als braune schmetterlinge gefressen und das bedeutet dass die braunen schmetterlinge ihre gene weiter vererben können nach darwins theorie hat sich auch der mensch so entwickelt wir menschen sind eine weiterentwicklung des affen genauer des menschenaffen zum beispiel des gorillas jetzt möchte ich auf das thema soziologie kommen soziologie heißt das zusammenleben der menschen soziologie beantwortet die fragen warum leben wir zusammen welche arten des zusammenlebens gibt es und wie entwickelt sich unser zusammenleben weiter zum thema soziologie habe ich bei meiner recherche zwei besondere artikel gefunden der erste artikel berichtet von der sozioökonomie das ist die sexuelle selektion in dieser theorie sagt man dass menschen einen sozioökonomischen status kurz ses haben ein hoher ses bedeutet dass man ressourcen hat wenn man kinder hat dann ist das thema nächste generation nicht mit dem sexual akt beendet ein kind braucht ressourcen kinder brauchen einen platz zum wohnen essen eine schule eine universität diese form von ressourcen wurden bisher meist von den männern bereitgestellt in dieser sozioökonomischen theorie sagt man dann weiter dass frauen männer bevorzugen die bei ihren kindern bleiben statt sich nur auf die reproduktion zu konzentrieren frauen mögen also lieber männer die bei der familie bleiben und keine anderen sexuellen abenteuer suchen diese charakteristik bei männern ein ist ein hoher ses aber auch frauen müssen für die die nächste generation etwas investieren der kleinste einsatz ist eine neunmonatige schwangerschaft also die zeit in der das kind noch im körper der frau ist eine junge frau hat das potenzial für mehr schwangerschaften in ihrem leben als eine alte frau deshalb hat nach dieser theorie eine junge frau einen höheren ses als eine alte frau männer bevorzugen als aus biologischen gründen junge frauen es wurden auch experimente gemacht in diesen experimenten hat man bestätigt dass männer mit einem hohen ses eine größere chance für eine verabredung haben als männer mit einem kleinen ses das experiment zeigt auch dass beim thema hochzeit der ses eine große rolle spielt ein unattraktiver mann mit hohem ses hat bei frauen höhere chancen als ein attraktiver mann mit kleinem ses diese ergebnisse zeigen dass der ses zentral für die weibliche partnerpräferenz ist der zweite artikel im bereich soziologie fokussiert sich auf die biologie das ganze heißt dann soziobiologie in dem artikel versucht man die charakteristiken also die verhaltensweisen des menschen wissenschaftlich zu erklären man versucht den menschen von der biologischen sichtweise zu kategorisieren der biologe richard dawkins sagt dass alle kultur und moralleistungen des menschen nur auf der egoistischen expansion seiner gene basieren das heißt die kultur und die moral basieren nur auf das was die einzelnen individuen wollen und am ende des tages sind alle individuen egoisten mit dieser aussage stellt dawkins die these auf dass die menschlichen gene nur nach egoistischen zielen handeln die soziobiologische these erklärt dass die gene nicht immer nach liebe oder glück handeln vielmehr entscheidet sie danach was das beste für den körper ist hier spielt meistens der egoismus eine große rolle wenn man mensch und tier vergleichen will dann existieren sehr viele parallelen es ist keine überraschung denn tiere und menschen hatten lange zeit die gleiche entwicklungsgeschichte die forscher beschäftigen sich schon sehr lange und intensiv mit den gemeinsamkeiten sie forschen schon sehr lange und es gibt jetzt auch relativ neue ergebnisse man weiß jetzt dass es zwischen menschen schimpanse eine engere verwandtschaft gibt als zwischen menschen und gorilla mensch und schimpanse sind sich näher als menschen und gorilla die gene von menschen schimpanse sind zu 98 63 prozent gleich die gleichheit der gene von mensch und gorilla liegen nur bei 87 prozent eine der imposantesten gemeinsamkeiten ist die sprache die forscher haben versuche mit delphinen gemacht man konnte aus dem versuch folgern dass delphine den wortschatz und den satzbau menschlicher sprache verstehen den delphinen wurden zwei verschiedene aufgaben gegeben zum einen wurde gesagt bringt das surfbrett zum menschen und bringt den menschen zum surfbrett die anweisung konnte der delphin verstehen eine weitere gemeinsamkeit ist dass ich bewusst sein dieser begriff bezeichnet die fähigkeit sich selbst zu erkennen in einem experiment wurden verschiedene tierarten trainiert man hat sie mit einem spiegel konfrontiert und so natürlich auch mit ihrem spiegelbild diese erfahrung war der bei den meisten tieren positiv manche tiere benutzten ihr spiegelbild damit sie andere perspektiven von sich selbst sehen konnten sie untersuchten den eigenen körper die tiere haben also diese neue erkenntnis benutzt die wissenschaftler haben so gezeigt dass defizite in den kognitiven bereichen durch gezieltes training weg sein können die tiere hatten spätestens nach diesem experiment ein ich bewusst sein die letzte von vielen gemeinsamkeiten ist die intelligenz natürlich ist der mensch eines der intelligentesten lebewesen überhaupt trotzdem gibt es einige lebenswesen die relativ nah an der intelligenz des menschen sind zum beispiel krähen krähen sind vögel sie sind schwarz und relativ groß auf englisch sagt man crew forschungen haben ergeben dass krähen zum beispiel komplexe zusammenhänge verstehen können diese vögel können situationen nach bestimmten gesichtspunkten einschätzen sie können situationen nach bestimmten kriterien evaluieren zusammenfassend kann man sagen wissenschaftler haben gezeigt dass tiere uns ähnlicher sind als wir gedacht haben sie können oft situationen besser verstehen und besitzen auch mehr intelligenz als wir menschen anfangs vermutet haben sprache ich bewusstsein und intelligenz sind also die wichtigsten gemeinsamkeiten die wichtigsten parallelen von mensch und tier jetzt kommen wir zu dem punkt was mensch und tier unterscheidet das erste merkmal also die erste charakteristik die man bemerkt wenn man den mensch und das tier ansieht ist der aufrechte gang des menschen aufrecht heißt vertikal also nicht horizontal menschen gehen in einer stehenden position der mensch geht aufrecht weil wir nur zwei beine benutzen und nicht vier ein weiterer kontrast ist unser kopf denn wir haben ein größeres gehirn ein gehirn ist im kopf es ist die zentrale für unser denken fühlen und sprechen das durchschnittliche gehirn eines erwachsenen mannes wiegt circa 1400 gramm das gehirn eines schimpansen im nur 420 gramm das eines elefanten 5000 gramm klar man kann nicht sagen doppelte gehirn masse doppelte intelligenz aber man muss solche zahlen auch immer in relation setzen und sehen wenn man zum beispiel das verhältnis von gehirn und körper masse vergleicht also die relation von gehirn und körper hier ist die hit liste ganz anders im vergleich zur körper masse sind beim menschen zwei prozent gehirn beim schimpansen nur 0,9 prozent und beim elefanten nur 0,2 prozent dabei hat der elefant absolut gesehen mit einem gehirn von fünf kilogramm das schwerste gehirn trotzdem gibt es noch andere kleinere tiere die auch hier besser als der mensch sind die relation gehirn masse ist also auch keine kein allein stellungsmerkmal es gibt aber eine liste die ohne kompromisse vom menschen angeführt wird ja und das ist die kalkulation wenn man die körpergröße in relation zur gehirn masse setzt also wie hoch ein mensch ist hier ist der mensch nicht nur nummer eins nein wir sind die klare nummer eins mit all diesen gehirn vergleichen kann man allgemein folgern der mensch hat eine ausgezeichnete basis für intelligenz und offensichtlich hat die natur diese chance bestens genutzt ein weiterer unterschied ist das sozialverhalten auch hier haben wissenschaftler experimente gemacht sie haben gezeigt dass schimpansen das gefühl der fairness kennen aber dieses gefühl ist nicht sehr stark es ist bei weitem nicht so intensiv wie beim menschen aber schimpansen brauchen in der natur die kooperation anderer schimpansen und so hat die evolution diese charakteristik entwickelt der nächste unterschied des menschen zu den tieren ist seine fähigkeit zu schwitzen schwitzen ist die reaktion unseres körpers bei hitze in der sauna schwitzen wir das heißt unser körper wird nass die meisten tiere können nicht schwitzen und müssen bei hitze den mund öffnen der mensch affe pferde und wenige andere tiere haben ein eingebautes klimasystem aus unserem körper kommt wasser und das kühlt einfach genial der aufrechte gang das gehirn das sozialverhalten und das schwitzen sind charakteristiken die uns einen klaren vorteil vor allen anderen lebewesen gibt aber das ist noch nicht alles mit all diesen eigenschaften hat der mensch etwas entwickelt was es in dieser immensen form nur beim menschen gibt die erziehung erziehung ist eine soziale interaktion damit andere sich in eine bestimmte richtung entwickeln erziehung ist zum beispiel die schulbildung oder soziale regeln wissenschaftler unterscheiden drei formen der erziehung die vorsorge die disziplin und die bildung vorsorge heißt dass man negatives fernhält negatives soll nicht in kontakt kommen eltern geben ihren kindern kleidung damit sie vor der kälte geschützt sind und sie erklären ihren kindern dass man nicht auf der straße gehen darf weil dort autos fahren die zweite form von erziehung ist die disziplin natürlich spricht man hier nicht von militärischer disziplin disziplin heißt dass man sich einordnen also integrieren kann menschen müssen sich in das soziale system einordnen und unterordnen nur so kann das zusammenleben der menschen funktionieren diese eigenschaft wird in der tierwelt durch instinkte realisiert kleine kinder kennen das system noch nicht sie müssen von anderen menschen lernen die dritte form von erziehung ist die bildung in erster linie natürlich die schulbildung und die berufsausbildung aber auch generell das lernen und hier unterscheidet sich der mensch ganz enorm vom tier der mensch investiert viel zeit und energie in die bildung sie sind der schlüssel für den aufbau von wissen und so auch die basis unseres gesamten lebens die bildung kann man also als das fundament der menschheit bezeichnen es ist der schlüssel zum erfolg der heutige begriff der bildung orientiert sich stark an den märkten oder der technologischen entwicklung grundsätzlich gibt es vier arten von bildung die erste art ist die bildung durch selbsterkenntnis das heißt die welt hinterfragen nicht alles kommentarlos akzeptieren selbst denken und nicht nur blind irgendwelchen befehlen folgen das ziel der selbsterkenntnis ist der perfekte mensch dann gibt es auch noch bildung durch selbstbestimmung hier legt das individuum selbst fest welche ziele es erreichen möchte das ziel ist ebenfalls der perfekte mensch die bildung durch weltorientierung heißt das wissen von proportionen und genauigkeit so sollte zum beispiel jeder wissen dass es mehrere 100 sprachen auf der welt gibt und nicht nur 40 aber für eine orientierung in dieser welt ist es nicht wichtig zu wissen wie viele es genau sind die vierte und letzte bildung ist das historische verständnis verständnis ist das nomen von verstehen das historische verständnis hilft uns von der geschichte zu distanzieren und ein modernes bewusstsein zu entwickeln all diese formen von bildung führen zum modernen gebildeten mensch dem so viele wege offen stehen aber welche wege geht der mensch für was benutzt die menschheit ihr können im grunde ist jeder mensch auf der suche nach dem sinn des lebens er besitzt eine innere motivation aufgaben zu erledigen es gibt nur dann einen konflikt wenn ein mensch seine aufgabe nicht erkennt menschen die ihre motivation nicht erkennen sind dann oft personen die mit depression und suizid probleme haben es sollte deshalb die aufgabe jedes menschen sein anderen zu helfen nach all diesen analysen sollten wir nochmals auf die erste frage zurückkommen was ist der mensch klar der mensch ist das am höchsten entwickelte lebewesen auf der erde aber alle unterscheidungsmerkmale zum tier musste man einschränken oder ganz fallen lassen es ist wohl eine eher philosophische frage deswegen möchte ich am ende meines podcast ganz einfach meine persönliche meinung äußern ich bin der meinung dass der mensch nur ein besseres tier ist leider muss ich auch sagen dass der mensch meiner meinung nach seine aufgabe nicht erfüllt meiner meinung nach ist es die aufgabe des menschen auf den planeten erde aufzupassen und ihn für andere generationen zu pflegen ja wir haben die fähigkeiten oder ich sollte vielleicht besser sagen wir hätten die fähigkeiten ein großes gehirn zwei hände zum arbeiten wir sind intelligent und leistungsfähig aber wir haben probleme bei der koordination leider muss ich sagen dass wir aufgrund der fehlenden kooperation nicht besser als die tiere sind wären wir besser als tiere die nur ihrem instinkt folgen dann würden wir versuchen den planet erde zu retten ja leider ist das mein resümee ich möchte deshalb meinen podcast mit einer bitte beenden steht auf und macht etwas seit aktiv und verändert die welt passt auf die erde auf denn wir haben nur die eine vielen dank fürs zuhören ich hoffe euch hat der video podcast gefallen unten in der beschreibung bei youtube findet ihr den kostenfreien link zu den hörtexten schreibt bitte in den kommentar wenn ihr einen podcast zu einem bestimmten thema haben wollt ich würde mich freuen wenn ihr auch bei meinem nächsten podcast wieder dabei sein und nicht vergessen macht jeden tag ein bisschen deutsch tschüss eure astrid